Die Wirtschaft steht vor großen Umbrüchen, aber natürlich auch vor Chancen, die innovativ und nachhaltig fortschrittlich organisiert und gestaltet werden wollen. Bei mir ist jetzt die CDU-Politikerin Wiebke Winter. Hallo, herzlich willkommen, liebe Wiebke. Schön, dass du da bist. Moin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Was ist für dich der Zukunftsort Deutschland? Der Zukunftsort Deutschland ist zum Beispiel Bremerhaven, meine Heimat. Wir bauen da gerade ein ökologisches Gewerbegebiet. Es geht darum, dass wir jetzt die erneuerbaren Energien viel stärker ausbauen. Dafür brauchen wir vor allen Dingen auch Offshore, Wind und mit neuen Technologien, zum Beispiel im Wasserstoff, können wir dann die ganze Welt klimaneutral machen. Deswegen ist Bremerhaven ein Zukunftsort in Deutschland. Welche drei Attribute beschreiben denn für dich ein Wohlstandsversprechen für die Zukunft? Vor allen Dingen Klimaneutralität, denn ohne Klimaneutralität werden wir in diesem Land nicht mehr sicher und in Wohlstand leben können. Dann vor allen Dingen aber auch eine bestehende Industrie. Denn die Industrie ist das Rückgrat gemeinsam mit dem Mittelstand dieses Landes für den Wohlstand, den wir haben und für die Mittel, die wir brauchen, um genau diese Herausforderung zu schaffen. Und drittens ist es natürlich Gesundheit, die uns jetzt in den letzten Jahren besonders beschäftigt hat. Nur wer gesund ist, fühlt sich auch wirklich wohl. Das wären meine drei Punkte, die ich hier gerne auch nochmal mitgeben möchte. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020